So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. RamsesderDicke, es gibt mal wieder einen Zuschauerwunsch. Und zwar, ich glaube eigentlich, das ist der... Koinodre... KuniaDuaua... Koinodre, genau, so heißt der bestimmt. Hier steht aber einfach nur User Re7ML7OK9S. Vor einem Tag. Das heißt, vor einem Tag hat er kommentiert. Zeig mal alle deine Pokémon, die du noch nicht in 100% hast. Das ist eigentlich ein sehr geniales Thema, ein sehr spannendes Thema. Dazu muss ich aber erstmal hier zwei Bildschirme aufmachen. Und zwar einmal dieses Handy und einmal dieses Handy. Und das Maskottchen reinholen. Maskottchen Start, zack, da ist es. Das ist das Maskottchen für den Februar. Wie macht man das jetzt am besten? Es geht ja immer bei Max Out Monday darum, wenn ich einen 100er habe und genügend XL, dass wir das maxen auf Level 50. Die Frage, was habe ich denn noch nicht als 100%? Dazu möchte ich auf diesem Handy in den Pokédex gehen. Dann kann man ja hier verschiedene Kategorien auswählen. Und hier gibt es auch Perfekt. Und wenn du auf Perfekt gehst, zeigt es dir, welche Pokémon du in 100% auf der Hand hast. Also wenn du die Familien voll hast, sind die alle da. Wenn eins aus der Familie fehlt, ist da einfach ein Schatten da. Dass du das Pokémon kennst, hast du es schon mal gesehen, hast aber kein 100er. Ich bin bei 709. Jetzt möchte ich gleichzeitig gucken, welche Lücken es gibt, die Pokédex-Nummern hier eingeben, auf diesem Handy, und schauen, wenn ich kein 100%iges habe, welches ist das? Und was ist das Beste von dem, was mir fehlt als 100er? Habe ich ein 98er? Habe ich ein 96er? Habe ich ein 93, 91? Was ist das Beste? Das ist Generation 1. Generation 1 dürfte fast alles fertig sein, bis auf Mu wahrscheinlich. Toll. Mu ist gar nicht aufgelistet. So ein Schwachsinn. Normalerweise müsste da jetzt ein Schatten sein, da müsste ein Mu sein. Ich habe kein 100%iges Mu. Also kann ich schon mal sagen, Mu habe ich nicht als 100%iges. Wenn ich mal Mu eingebe, am besten ich gebe die Zahl ein. Das ist dann die 151. Wie gut sind meine Mu, die ich habe? Ich habe ein normales Mu. 2 Sterne mit 10, 11, 15. Und dann dieses Shiny Mu, 3 Sterne mit 10, 15, 14. Vielleicht zeigt es einfach nur nicht die Mysteriösen an. Gehen wir aber einfach mal weiter. Generation 2. Hier haben wir die 172. Ich kann jetzt mal nach Pokédex-Nummer sortieren. Suchen. 172 ist... Pichu. Ich habe kein 100% Pichu. Was ist das beste Pichu, was ich habe? Dafür können wir das Ganze mal nach WP sortieren, weil die kommen ja alle aus Eiern. Dann seht ihr, dass das niedrigste, schwächste hat 0 Sterne. Und das Beste mit 2, 5, 7 hat 3 Sterne, 12, 15, 12. Je weiter ich nach rechts gehe, desto schlechter müsste es werden. Da hat es schon auch nur noch 2 Sterne. Also das ist das beste Pichu, was ich habe. Aber ich habe kein 100%iges. Gehen wir aber weiter. In der zweiten Generation fehlt die 2, 3, 6. 2, 3, 6 ist Rabauts. Ich habe kein 100% Rabauts. Mein bestes Rabauts hat 2, 7, 5 und ist 3 Sterne mit 15, 14, 11. Dann haben wir die 2, 3, 8. 2, 3, 8 ist Kusilla. Also ihr seht hauptsächlich Baby-Pokémon aus Eiern. 2, 3, 8. Kusilla, das Beste ist 716. Wir bewerten auch dieses. Wir haben auch 3 Sterne mit. 13, 12, 14 müsste das sein. Dann haben wir die 2, 4, 5. Wer guckt, was daneben steht? Suikun fehlt. Wir haben nämlich Raiku. Wir haben Entei. Suikun fehlt. Das ist das erste Legendäre. Generation 1 habe ich alle Legendären. Also Arctos, Zapdos, Lavados in 100%. Mew in 100%. Aber hier fehlt es an Suikun. Wir wollen trotzdem gucken, was das beste Suikun ist, was ich habe. 2, 4, 5. Hier ist es unterschiedlich. Ihr habt jetzt hier welche mit Wetterbrust und ohne Wetterbrust. Mit Wetterbrust haben wir hier ein Shiny mit 15, 12, 11. Aber das ohne Wetterbrust hat 15, 13, 15. Ist also ein 96er. Aber das reicht mir nicht. Ich möchte auch davon einen 100er irgendwann haben. Das heißt, wenn Suikun nochmal kommt, ich habe eh nur 34 XL, würde ich Suikun Rates machen, bis die XL voll sind. Wenn dabei ein 100er kommt, okay. Wenn nicht, würde ich, sobald die XL voll sind, versuchen, dieses Pokémon über einen Glückstausch in 100% zu bekommen. So. Wie geht es weiter? Wir gehen in die Höhenregion. Was haben wir hier für Lücken? Hier ist die 2, 9, 2 als Lücke. Sehe ich jetzt schon. Müsste Ninja Tom sein. So. Ninja Tom ist da. Wir haben Shiny. Unser Bestes ist ein 1, 6, 3. 3 Sterne, 98%, 15, 15, 14. So mehr reicht es leider nicht. Wir gehen weiter runter. Haben hier die 3, 2, 7. 3, 2, 7. Pandir. Gibt es auch nur aus Quests. Ich habe kein 100er Pandir. Mein Bestes 5, 2, 1. Das ist die Nummer 7. Und ist auch ein 98er. 98er. Falls es doch irgendwann mal Kronkorken gibt und man einen Wert verbessern kann, könnte ich mir schon ein 100er Ninja Tom machen. Oder ein 100er Pandir. Also Pandir auch nur ein 98er als Bestes. Gehen wir mal zur 3, 5, 2. 3, 5, 2. Haben wir Kegleon. Ja, da ist es mit den WP, äh, Quatsch. Jetzt habe ich eigentlich sowieso nach WP, gut. Weil die meisten aus Quests oder Eiern sind dann. Oder eben, also bei wilden Pokémon, hier Kegleon, da müsste man eigentlich jedes bewerten, um zu gucken, was das Beste ist. Das hat 0 Sterne. Das hat 3 Sterne. Äh, ist ein 93er. Und das Beste mit den meisten WP ist nicht das Beste, sondern das mit den meisten WP ist das Zweitbeste. Das ist das Beste, also ein, äh, 93er Kegleon. Aber kein 100%. Jetzt habt ihr hier die Reihe mit Rigi Rock, Rigi Ice, Rigi Steel. Ich habe die beiden, äh, Rocks als 100er. Rigi Rice habe ich nicht als 100er. Ich habe die XL aber voll und versuche seitdem ja, Rigi Ice, die 7, 8, als 100%iges zu bekommen durch Trades. Jetzt muss ich hier mal gucken, was ist das? Was das ist, das kann nicht das Beste sein, ist aber ein Glücks-Shiny. Wir haben hier 31,15, ein auch 98er. 98er, was ich mal auf Level 40 gepusht habe. Ansonsten von denen mit Wetterbrust habt ihr hier noch ein 98er mit 14. Und von denen ohne Wetterbrust haben wir 17,81. Hier auch ein 98er. Noch ein 98er Shiny. Noch ein, ja gut, das ist wieder schlecht. Also brauchen wir auch wieder nicht. Also hier, die XL sind voll, wie ihr seht, 369. Ich versuche über Lucky Trades momentan 100% Rigi Ice zu bekommen, weil es war erst in Rades. Es ist, die XL sind voll geworden, als 100er kamen nicht. Versuche ich also über Trades jetzt, als 100er zu bekommen. So, IQ würde ich jetzt noch nicht tauschen, weil ich muss ja eh noch 100 Rades machen, um die XL voll zu kriegen. Also erstmal Rigi Ice weiter tauschen. Gehen wir hier weiter rein, haben die 406. Was ist die 406? 406 ist Knospi, auch wieder ein Baby-Pokémon. Hier können wir wieder nach WP sortiert gehen. Schauen, was hier das Beste ist. Drei Sterne, 15, 11, 15. Weiter geht's mit der 433. Das ist Kling-Plimm, auch ein Baby, habe ich auch nur das Beste aufgehoben. Ist ein 96er, 14, 15, 14. 438 wäre dann das nächste. 438 ist Mobile. Ein Shiny, ein gutes. Das Gute hier auch, ein 96er mit 15, 15, 14. So, 438, 439, kommt gleich Pantimimi hinterher. 4 Shinies, ein gutes. So ein 91er oder so. 15, 12, 15. Nicht der Rede wert, 439. 442. So, 442 haben wir Kryppuk. Kryppuk, Shiny und Bestes ist hier ein Zwei-Sterne-Kryppuk mit 12, 10, 11. 442, 4446 ist Mamfaxo. Shiny ist da. Wir haben auch hier ein 98er Mamfaxo mit 15, 14, 15. Das ist natürlich ein 96er und das Shiny kommt ganz unten voll schlecht. So, 446, nochmal 447, Riolu, da ist das Beste wohl auch ein, äh, ja, hier ein 96er. Ich weiß aber, Lucario habe ich ein 98er, also eigentlich müsste man nach 447 gleich die 448 angeben, aber das ist ja eh einzeln aufgeführt, also in der Riolu-Familie fehlt sowieso. Hier nix, 448, haben wir hier Lucario und dann sehen wir hier bei Lucario, dieses ist dann ein 98er, auch auf Level 40, aber eben kein 100er. 448, wir scrollen weiter runter und schauen mal, die 458. Mantirps, Beste, auch ein 98er, 15, 15, 14. Hier geht's weiter mit 479, 480. Ich weiß hier auf jeden Fall, ihr seht Vesprit, Selfer und Turbuts fehlen. Was ist 479? Fängt das schon mit den dreien an? Ist das noch was anderes? 4, 7, 9. Rotom, dazwischen kommt noch Rotom. Rotom müsste man, glaube ich, wieder jedes einzelne bewerten, die waren ja dann auch aus, äh, Wild, verschiedene Level. Null Sterne, zwei Sterne, zwei Sterne, zwei Sterne, ein Stern und das war's. Das heißt, hier gibt's nix zu holen, außer einmal 15 Angriff. Rotom ist am Start. Kommischerweise alles das Gleiche. Müsste ich nicht zwei verschiedene haben? Die Waschmaschine. Hm. Hier, Waschrotom. Ja, normales Rotom. Hier, Schneidrotom und Waschrotom. Also, warum zeigt's mir nur die gleichen an? Sind die anderen weg? Habe ich die verschickt oder was? 4, 8, 0. 4, 8, 0. Jetzt geht's los mit Selfer. Selfer. Also, mal gucken wieder nach Wetterbrust und ohne Wetterbrust. Äh, das ist ohne Wetterbrust. Das Beste auch ein 98er mit Wetterbrust. Das Beste, ja, schlecht. Also, hier auch 98er. Kann man ja auch Wild fangen. Vespreder Zunatada da. Und dann fehlt natürlich noch Tobutz in der 4, 8, 2. Guck mal auch, was das Beste ist. Müssten alle ohne Wetterbrust sein. Hä? 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 Auch ein 96er als das Beste mit 18, 22. So. 4, 8, 8 Tage fehlt, glaube ich, Griselia. Genau. Griselia am Start. 15, 15, 16, 16, 3. Hier ohne Wetterbrust. 98er Griselia. Mit Wetterbrust das Beste dann schlecht. Also, auch 98er Griselia. Hier natürlich auch. Wenn das mal wieder in Raids kommt. Ich habe 176 XL. Das heißt, ich muss eh noch bis zu den 300 XL raiden. Vielleicht kommen das 100er dann. Und wenn ich die 300 voll habe und kein 100er, wäre das auch ein Pokémon, was man da versucht, über einen Glückstausch zu bekommen. Gehen wir mal in die Einahl-Region. 5, 3, 2. Ah. Prakti-Balk. Hui. Das beste Prakti-Balk, was ich hier habe, ist ein 96er. Dann wissen wir ja, dass natürlich auch die 5, 3, 3 der Streboli fehlt. Da habe ich hier gerade nur ein Shiny. Das ist jetzt zwar 3 Sterne, aber trotzdem nicht so gut. Und 5, 3, 4 Meistergriff haben wir ein Shiny. Wir können mal kurz gucken. 3 Sterne, aber dann hier dieses 98er Glücksmeistergriff, was ich auf 40 gezogen habe. Denke ich mal, wird eh irgendwann ein C-Day kommen. Vielleicht dann ein 100er. Noch ein paar Shinies, noch ein paar Bonbons. Dann auch mal eins auf Level 50. Maxen. Das ist auf jeden Fall ein Pokémon. So wie eben Shinooks. Was immer nur im Einer-Raid war. Ein C-Day bekommen kann. Man sich mega drauf freut. Auch recht stark ist. Recht nützlich. 5, 5, 1. Garnowill. Ja, habt ihr auch die ganze Reihe. Garnowill. Das Beste hier mit 588. Ist auch ein 96er. Dann haben wir 5, 5, 2. Rockhaiman habe ich hier den mit 0 Sternen. Und 5, 5, 3. Ein Ravigador mal entwickelt. Die XL sind voll. IV sind schlecht. Würde ich auch nur, wenn ich ein 100er habe, sowas dann mal maxen. 5, 6, 5 gibt es noch. 5, 6, 5. Karibas. Das seht ihr ja davor schon hier. Galapafloss ist als 100er da. Ich brauche ein zweites Galapafloss. 100%. Damit ich auch ein 100% Karibas habe. Ist zwei Sterne. Ist nicht so krass. Können wir also ignorieren. Können wir weitermachen. Klickfamilie seht ihr ja auch schon. Ist dann hier die 600. Klick ist als 100er da. Klick die Klack ist als 100er da. Eins ist durch den Tausch gekommen. Ist also wie Schein-Nooks. Und wie Praktibalk wohl auch ein Pokémon. Was vielleicht mal einen Siede dann bekommt. Man vorher Einer-Rates machen kann. Für 100er und Bongbongs und Shiny. Aber ich jetzt hier diese zwei habe. Zack. Mit zwei Sterne. Und hier mit drei Sternen. Aber trotzdem es schlecht ist. 619. Das könnte wieder eine ganze Reihe sein. 619 Linfu. Mit 620. In dem anderen Prügel. Wir nehmen mal das beste Linfu. Bewerten das kurz. Haben ja auch ein 98er. Gibt es ja eigentlich auch nur aus Eiern oder aus GBL. 620. Wie Schuh. Eins mal entwickelt für den Pokedex. Dürfte nicht das beste sein. Ist trotzdem ein 96er. 621. Schadrago. Schadrago. Auch nur aus Raids. Eiern. Wie auch immer. Nehmen wir mal mit. Macht wir mal irgendwas mit. Hier haben wir auch. 1515. Das müsste ohne Wetterbrust sein. Das beste dann. Drei Sterne. Und dann mit Wetterbrust. Als Lucky. Auch nicht so pralle. Hauptsache. Shiny ist da. Und. Ob das mal ein CD bekommt. Ich glaube nicht. Hat ja keine Entwicklung. Das wird wohl was besonderes bleiben. So. Wie Pandi und so. Ähm. Ja. 5. 621. 624. 624. Gladiandry. Okay. Zwei Shinies. Das beste ist. Ein. Auch 98er. Und dann wissen wir ja. Dass danach. Natürlich. 625. Das Cesurio kommt. 1499. Ein Shiny hier so. Aber halt nicht. Gut. Gut. So. 425. Hier unten haben wir die 636. Gibt's. Wohl noch nicht. Genau wie die 637. Dann sehr gut. Die Ritter der Reglichkeit. Haben wir voll. Cobalium. Terrakium. Viridium. Auch hier die. Äh. Die Wolken. Haben wir auch voll. Tiergeister. Dann Regiram. Voll. Als Hunderter. Sekrom. Kyurem. Und Genesek. Gehen wir in die Carlos Region. Schauen wir mal die. 672. 6. 7. 2. Gibt's noch nicht. 673. Gibt's noch nicht. 6. 7. 7. Psyau. Wir haben noch keinen Hunderter Psyau. Gibt's auch nur aus Eiern und aus Raids. Das beste. Gehört das alles dazu. Das bewertet mal ganz kurz so. 1 Stern. 2 Sterne. 3 Sterne. Ja. Das beste müsste das sein. Psyau. Und dann natürlich die 2 Weiterentwicklung. 6. 7. 8. 6. 7. 9. So. 6. 7. 8. Das beste Psyau. Gone. 2 Sterne. 3 Sterne. Nochmal 3 Sterne. Und. Dann wieder 1. Also hier das das beste davon. 6. 7. 9. Gibt's auch nicht. 6. 8. 0. Gibt's nicht. 8. 1. Gibt's auch nicht. Wir gehen weiter. 7. Spezialforschung erhalten. Habe ich im Mirror Trade getradet. Dann entwickelt. Und habe vom kleinen Account mir ein zweites Cosmo gegeben. Was ich dann natürlich zu Lunala entwickelt habe. Meins hat 2, 3 Sterne. Aber ist jetzt halt auch nicht so krass. Also hier 7. 0. 1. Ist das. Und. Ja. Ich bin bei 7. 9. 1. Ich bin bei 7. 0. 1. Muss ich doch drücken hier. 7. 0. 1. Haben wir nicht. Und 7. 0. 3. Haben wir auch nicht. Bin schon. Sorry. Mein Fehler. Bin zu weit vorgegriffen. Wir gehen in die Alola Region. Das Handy hängt gerade. Alola Region. 7. 4. 2. Nix. 7. 4. 3. Nix. 7. 4. 4. Wuffels. Mit seinen 2 Entwicklungen. Mein bestes Wuffels. Hier dann ein. Auch 96er mit 3 Sternen. Können wir also dann die 7. 4. 5. Bestes Volverrock uns angucken. 2 Sterne. 0 Sterne. Also. Naja. Brauchst du nicht. 7. 4. 5. 7. 4. 6. Haben wir nicht. 7. 7. 7. 9. Haben wir nicht. 7. 5. 0. Haben wir nicht. Gibt es wahrscheinlich noch nicht. 7. 5. 7. Molung. Molung. Ich habe kein 100% Molung. Der Samyang Account. Der Nudel Account hat Molung als 100er. Was haben wir als Bestes hier? Wir haben ein 93er. Molung. 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 Dann habe ich natürlich auch die Weiterentwicklung nicht. 7. 5. 8. 1. Man entwickelt ein weibliches als Lucky und das ist 3 Sterne. Ja. Mess man so. 7. 5. 8. 7. 6. 1. Nix. 7. 6. 2. Nix. 7. 6. 3. Nix. 7. 7. 4. Nix. 7. 6. 5. Ha. Komm und du dann. Aber den haben wir ja hier stehen. 7. 6. 6. Nix. 7. 6. 9. 7. Dann 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Sind wir bei Togedemaru. Seht ihr dazwischen. Das gibt es alles noch nicht. 7. 7. 8. Nix. 9. 80. 81. Ja, wenn ich jetzt auf 82 gehe, haben wir wieder Miniras. Genau. Aber haben wir als 100er da. Hm. Ich habe doch aber nur eins als 100er. 7. 8. 2. 7. 8. 3. Hier 7. 8. 3. Habe ich doch gar nicht als 100er auf der Hand. Stehen sie. Wird hier aber angezeigt. Und 7. 8. Äh. 4. Ja. Hä? Das ist ja voll dumm. Ich denke, das ist Living Decks, was hier angezeigt wird. Und nur wenn du das als 100er auf der Hand hast, ist das hier eingetragen. Dazwischen fehlen doch auch manchmal welche. Wie. Äh. Dings. Muss ich nicht verstehen. Vielleicht musst du es nur durchentwickeln und dann ist das, du brauchst nur 100er, entwickelst das einfach komplett durch und alle drei werden angezeigt. Ich dachte wirklich, das ist Living Decks. Enttäuscht mich jetzt schon wieder. Galar. Äh. Fehlt auf jeden Fall. Zama Sender. Können wir einfach mal eingeben. Das wissen wir ja selber. So. 26. Ey. Das ist das Kleinste, oder? Ne. Das ist nicht. Aber das ist das Größte und das hat dann auch 96%. Sackjahn als 100er ist da. Zama Sender. Nix. Und dann haben wir hier. Da ist komischerweise jetzt bei der unbekannten Region, wo hier Melmetal da ist, habe ich ein 100er Melthan bekommen, habe es entwickelt, habe also bekanntlich ein 100er Melmetal auf der Hand und kein 100er Melthan mehr. Melthan ist nicht ausgefüllt. Verstehe ich nicht. Wenn es doch wie oben ist, bei Miniras, dass du es durchentwickelst und deswegen alle drei angezeigt werden, okay. Scheint ja aber nicht so zu sein, denn jetzt zeigt es mir an, dass ich ein Melmetal habe, aber eben kein Melthan. Melthan habe ich nicht als 100er. Das Spiel ist ja voll schlau und erkennt das sofort. Aber warum zeigt es bei Miniras dann falsch an, weil mir ja die Zwischenstufe fehlt. Melthan habe ich hier, was habe ich da? Was ist das Beste? Hier haben wir drei Sterne. Hier haben wir einen Stern. Hier haben wir einen Stern. Also das ist das beste Melthan, was ich habe. Wenn wir doch auf mehr Metall gehen, haben wir dann hier noch das 100er. Und das ist der ganze Pokédex komplett durch. Und das sind eigentlich gefühlt erstmal alle hundertprozentigen, die mir noch fehlen. Ich habe mir irgendwo auch mal eine Notiz hingemacht, was mir noch fehlt. Ach, was jetzt auch nicht dabei war. Kurelei zum Beispiel. Kurelei als regionales ist auch eins, was ich nicht als 100% habe. Ist hier jetzt auch gar nicht aufgetaucht. Fällt mir gerade auf. Ist also trotzdem irgendwie sehr fehlerhaft. Von den Legendären. Ne, passt es auch wieder nicht. Ho-Oh habe ich ja auch nicht als 100er. Seekun habe ich nicht als 100er. Die Kapus, alle vier habe ich nicht als 100er. Ist auch kein einzigster Cabo hier aufgetaucht. Also, ja. Es ist trotzdem, man konnte einige sehen, die nicht als 100er da sind. Ansonsten weiß ich nicht, wie man das sonst großartig noch rauskriegen soll. Bei den Legendären habe ich ja an sich den Überblick und weiß immer, was ungefähr dazwischen so fehlt. Meistens das Zeugs, was jetzt schlecht ist oder niemand braucht. Die, äh, die Ultra-Bestien habe ich auch kein einziges als 100er. Bis jetzt kann ich auch sagen. Gerade alles, was bisher einmal da war in den Raids und noch nicht shiny sein kann. Ich weiß es sowieso nicht als 100er, weil ich da halt nicht viel raide. Erst dann, wenn es das als shiny verfügbar macht. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Grüße an Koi Nodreh oder wie auch immer. Und das war dein Zuschauerwunsch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.